Schieß doch den ersten ab da vorne. Oh ja, jetzt hier. Komm, komm. Baller ihn weg. Baller ihn weg. Ja, Mann, komm. Nein. Nein, er ist vor mir. Das gibt's nicht. Ach, Mann. So knapp vom Ziel. Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und wie ihr sehen könnt, zocken wir heute Crash Team Racing. Ja, das Game ist noch ziemlich neu und ich hab's noch nicht angetestet, hab mich noch nicht irgendwie damit beschäftigt. Deswegen springe ich jetzt auch einfach ins kalte Wasser, nehm euch dabei mit und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Abenteuermodus. Mein Gruß, Wesen des Planeten. Ich fordere euch heraus. Ihr Erdschnecken fahrt also gern Rennen, ja? Nun, ich, Nitros Oxide, bin der schnellste Rennfahrer der Galaxis. Ich suche zwischen den Sternen nach neuen Herausforderern. Ich nenne dieses Spiel das Überleben des Schnelleren. So sind die Regeln. Der beste Fahrer eurer Welt tritt gegen mich um den Planeten an. Wenn euer Fahrer gewinnt, lasse ich euren Felsen in Ruhe. Doch wenn ich gewinne, mache ich eure Welt zu einem betonierten Parkplatz und ihr werdet meine Schergen. Gebt Gas für das Schicksal eures Planeten. Gebt euch das in Ruhe! Gebt euch das mal! Okay, gut nun mal. Willkommen im Abenteuergebiet. In diesem Gebiet kannst du üben und deine Fahrkünste verbessern. Punkte und Sterne auf der Karte sind Warp-Pads, die zu Rennen führen. Wenn sie blinken, heißt das, du kannst sie jetzt spielen. Öffne eine Rennstrecke, indem du auf ein Warp-Pad mit aktivem Warp-Strudel fährst, um dann zur Startlinie zu gelangen. Mach den ersten Platz für eine Trophäe. Sammle Trophäen, um weitere Strecken öffnen zu können. Viel Glück und schnelle Fahrt. Ja gut, alles klar. Dann gucken wir mal. Okay, wir haben direkt vor uns schon eine Strecke. Ich fahre schnell überhaupt. Mit X. Okay, X ist fahren. Kreis ist hupen. Ganz wichtig, muss man auf jeden Fall wissen. Okay, Leute, los geht's. Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir weg. Oh, shit. Die Bombe, okay. Und ich schiesse ich den ab, okay? Nein. Boah. Okay, auf Kreis. Gut, hat gepasst. Braucht mich nämlich gerade auf. Oh, 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 oh. Nein! Boah, shit. Okay, jetzt hat mich... Auf jeden Fall wäre ich so oder so für irgendwas getroffen worden. Okay, ja. Diesen Trank kann man hinlegen. Weg da! Oh, ich habe noch zwei Bomben. So, korrekt. Okay, diese Kurvenlage, wenn man sich so um die Kurve legt, ist schon krass, ey. Nein! Oh, schade. Oh, da kommt die Bombe, ja. Weg. Sehr schön. Sollte vielleicht nicht unbedingt mich vom Ziel überholen lassen. So, was haben wir hier jetzt eigentlich? Ah, da sind die Früchte drin, okay. Oh, shit. Okay, da kriege ich noch einen Boost durch. Nein, nein. Ja, komm her, komm. Komm, 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 komm. Weg da. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Okay, kann man ihn hinlegen. Guck mal. Komm schon, komm schon. Jawoll. Sehr schön. Neun Skin, Shiba Crash, okay. Ja, die erste Runde liegt schon mal gut. Dann weiter geht's. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde. Das hat jetzt ja nicht so lange gedauert. Ne, okay. Wir können noch. Wir haben Updance-Niss. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst deine Trophäe. Ah, schade. Keinen Boost bekommen. Boah. Boah. Es geht los, Leute. Wir haben keine Zeit. Okay. Ich habe einen guten Vorsprung erstmal, glaube ich. Ich hoffe. Ich hoffe. Ah, vielleicht hätte ich die TNP-Kiste behalten sollen. Aber, okay. Kriegen jetzt vielleicht die nächste. Oh, shit. Ah, genau in den Trank reingesprungen, ey. Was ist das denn? Ah, okay. Eine rosa Kiste, okay. Alles schlecht. Komm, Junge. Zieh. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber knappe Geschichte, Leute. Guckt mal. 1,48,9. Und der nächste 1,51,9. Also, war schon knapp. Okay. Ich würde sagen, wir fahren noch. Komm, wir machen die ersten vier Strecken voll, würde ich sagen. Ich will in jeder Runde Erster werden, Leute. Das ist eigentlich mein Ziel. Und ich denke mal ja auch, das müssen wir. Okay. Ich muss mal jetzt links überspringen, um nach zu gucken. So. Komm. Jetzt Boost. Wieder nicht. Was ist das eigentlich für ein Komischer, der die ganze Zeit vorne fährt, Alter? Das ist halt dieser... Also das ist dieser komische Alien da vom Anfang, ne? Das ist dieser komische Alien vom Anfang. Deutsch ist wieder voll am Start heute. So. Hau ab jetzt hier. Das ist ja schon wieder vor mir. Ist das dein fucking Ernst, Mann? Ey. Ich nehm alles mit, was hier kommt. Alles. Hau ab jetzt. Ja, flieg noch höher. Oh, wieder so einen komischen Drink da, ey. Mein Gott. Hier, schmeißt den vor die Fresse, ey. Schade. Yay. Was soll ich mit so einer scheiß Kiste? Oh, Raketen. Ganzes Arsenal voll mit Raketen brauche ich. Toll. Mann. Er behindert mich sogar noch, wenn er sich wegdreht, ey. Das gibt's gar nicht, ey. Boah. Du Würder-Panatou. Hau ab. Er kriegt doch noch das Geschenk, weil er durchfällt, alter. Hau ab mit deiner scheiß Rakete. Oh. Oh. Und der Bein hebt den immer aus, als er eine pinke Mutt. Oh, komm fast schneller. Kann man Cards nicht tunen? Ich habe das Gefühl, je länger man in der Luft ist, desto langzamer ist man. Aber die Strecke ist geil. Die Strecke ist echt gut. Mit den Schildkröten da als Rampe ist schon geil. Oh, ich würde sagen, wir können gleich unser erstes Kart freischalten, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja, guck mal. Ein Rennen kommt ja noch, dann müssen wir die ersten vier Rennen fertig haben. Ja, super. Super, super, super. Fünfter geworden. Läuft. Fuck. Dritter. Ist schon besser, aber ist nicht genug. Verdammte Scheiße. Schieß doch den ersten ab da vorne. Oh ja, jetzt hier. Komm, komm. Baller ihn weg. Baller ihn weg. Ja, Mann, komm. Ja, Mann, komm. Nein. Er ist vor mir. Das gibt es nicht. Er ist einfach mal fast 10 Sekunden schneller als er ist. Nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Nein. Unglaublich. Unglaublich, wie krass die Gegner sind. Wie schnell die sind. Der ist echt der Hammer. Nein. 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 Wie scheiße war das denn bitte jetzt. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich will den ersten kriegen da vorne. Ich kriege kein Geschenk. Läuft. Ich werde noch platt gemacht. Noch besser. Jo, da ist schon wieder Situation 2, 3. Ja, klar. Komm, alle vorbei hier. Und jetzt kriegst du einen scheiß Saft, Mann. Was soll ich denn da mit? Ey, das kann doch nicht wahr sein, so ne Scheiße. Verdammt. Kein Boost. Nein. Nein. Was soll ich denn mal mit dem scheiß Cent-Teg-Kisten, ey? Den finde ich mal mega unnötig, ey. Na. Okay, Maske eben schon ein bisschen auf. Ja, na. Nothing. No. No. Nein. Worm, die sitio sollte. aires dazu würden. 5. 5. Boah, jetzt geht mir was Gutes, Mann. Ich hab' gesagt was Gutes. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Ja. Ja. Boah. Boah, scheiße, ey. Wer bist du denn? Ripperoo. Zwangsjagge. Neues Card freigeschaltet. Ich weiß nicht, ich glaub das bringt wahrscheinlich nichts, aber... Na komm, wir probieren's aus. Ich denke mal, es hat zwar nichts zu sagen, wie schnell man ist, kann man sich nicht vorstellen, dass das... Hier hat man irgendwie Vorteil, 10%. Okay. Aber... Komm, wir bläden's einfach mal aus. Das kann man hier, aber Moment. Verdiene einen CTR-Token im Abenteuermodus. Okay. Verdiene 2 CTR, 3 Delikte. Den Boxenstop freischaltbar. Ja, okay. Okay. Na, okay. Wir, ähm... Gucken einfach mal. So. Okay. Bossgegner. Jetzt bin ich gespannt. Oh, 1 gegen 1. Okay. Hoffentlich krieg ich jetzt einen Boost. Ja. Und guck mal, trotz, dass ich einen Boost gekriegt hab, ist er trotzdem vor mir, Alter. Nein. Du bist doch ein Penner hier, ey. Wie viele Sachen legt der denn hin, Alter? Und der unendlich von den TNT-Kisten oder was? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja schon wieder. Ah, jetzt hab ich einen Boost akibiert. Okay. Ich glaub, jetzt hab ich's. Ich glaub, ich hab's jetzt. Wir werden's gleich vertesten. Oh, scheiße. Ja, jetzt hab ich's. Okay. jetzt weiß ich, wie man den benutzt. Also ihr müsst quasi, wenn unten die Leiste voll ist, kurz bevor sie am Ende ist, müsst ihr den, also sagen wir mal, ihr würdet jetzt mit L1 in den Powerslide gehen, dann müsst ihr, wenn die Leiste voll ist, am Ende den anderen Button drücken, also R1 quasi. Der nimmt die Kurven einfach, um so krass, so krass scharf er ist. What? Ist der gegen mich gefahren? Ich dachte, es ist einfach nur ein Schutzschild, das mir irgendwie hilft, das mich fernabschließen kann. Okay, der Endboss war jetzt nicht so schwer. Der war jetzt okay. Oh, ich habe ja auch lange genug an R4 gehangen, ne? Wollen wir ja nicht vergessen. Neues Card freigeschaltet. Bandy Buggy, okay. Neuen Sticker freigeschaltet. Kero Nützen 1, okay. So. Du hast ein neues Gebiet geöffnet. Hier findest du vier neue Rennstrecken. Viel Glück. Neuen Charakter freigeschaltet. Ripper Rue. Alles klar. Ja, der war cool, der gefällt mir. Ja, das war es mit der ersten Folge Crash Team Racing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar freue ich mich sowieso. Schreibt mir mal, was ihr von dem Spiel haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut da rein. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.